hallo und herzlich willkommen zurück zu der last of us remastered ja in der letzten folge haben die guten leute hier einen angriff auf die andere hier erleben müssen und natürlich haben wir uns dann gestritten also mit mit unserem bruder tommy und ellie ist abgehauen und wir suchen jetzt ellie ich kann mir vorstellen was sie hat hier geht es nicht weiter falling rocks ja was soll das ellie du weißt schon wie das hier abläuft hier sind leute die uns ans leder holen da spuren da viel zu viele hier außen rum ich so munition ist in diesem spiel sehr rar deswegen versuchen wir hier 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 Ah, wasser? Ah, wasser? Okay. Oh, 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 oh. Oh, verdammt! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das waren alle. So, wir gucken uns nochmal um. Kurz. Ach Elli, was machst du denn hier? Du darfst doch nicht weglaufen. Wie bist du hier durchgekommen überhaupt? Okay, auf zu den Pferden. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Na komm, zu den Pferden. Na komm, drauf mit dir Joel. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Na komm. Na komm. 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 Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Mit sich aus. Oh, Herrgott. Oh, Clipping-Fehler. Hier in der Ranch gibt es vieles zu entdecken. Ich weiß, dass sie oben ist. Aber ich schaue erstmal um. Und ratten. Ist voll, die Shorty. Fehlt noch ein Viertel an den Mücken. Das würde Ellie gefallen. Mühpunkt. Ja, dann komm ich. Oh, ein Computer. Und da steht auch schon längere Zeit. Es war ein schönes Haus hier. Egal, wer hier gewohnt hat, der hat hier gut gewohnt. Entschuldigung. Klinge, ja die Machung. So, pot, hier ist niks. So. Jetzt unterhalten sie sich. Wie viele beinahe Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Ja, schreit heute auf zu denken, Joel. Weißt du, ich bin nicht sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Oh, jetzt hat sie was angeschnitten. Jetzt hat sie was angeschnitten. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was für Lust heißt. Jetzt hat sie eine Röhne aufgestochen. Sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt. Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennter Weg. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Oh, nein. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ja, sie ist enttäuscht. Wo zur Hölle steckst du, du Steckscheiße? Da, wo du nicht hinguckst. Du müsstest ja fragen. Die machen hier dann immer an uns. Da ist Ellie und Tom. Bleibt da! Oh, verdammt. Flut! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Oh, verdammt. Oh, oh, oh. Okay, alles sauber. Für mich, die Pferde kann man natürlich erst mal kaum noch welche. Gehen wir raus zu den Pferden. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na, sie ist sauber. Na, sie ist sauber. Na, sie ist sauber. Wow. Das ist es. Heute machen wir ein Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Big Horns. Alli, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gerne behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Wo sagst du vor? Na ja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja. Du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Kannst nicht verfehlen. Okay. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Man sagt nicht adios zum Bruder. Man sagt auf Wiedersehen. Ein Eichhörnchen. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First Down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen. Dann weiß man das. Ja. Jetzt sind wir hier in Ost-Colorado. Und an dieser Stelle Er sagt ihr ja Dass sich die Wege trennen. Und was ist jetzt? Sie sind immer noch zusammen. Aber an dieser Stelle Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Euer Salila-Albi Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017